Noch gibt es hier kaum mehr als eine Baugrube. 2013 aber wird der dritte und damit letzte Bauabschnitt am Klinikum Kaufbeuren fertiggestellt sein. Fast tagtäglich beobachtet der Seelsorger des Klinikums Andreas Lang die Bauarbeiten. Grund, hier wird die neue Kapelle für die Patienten des Hauses entstehen. Etwas, das Andreas Lang kaum erwarten kann, denn aktuell ist die Kapelle in einem ehemaligen Untersuchungszimmer untergebracht. Und das wird den Anforderungen nicht gerecht. Es ist zum Beispiel nicht möglich mit einem Patientenbett in den Raum zu fahren, was immer wieder mal angesagt wäre, speziell auch für unsere Patienten auf der Palliativstation. Der Raum ist dadurch, dass er auch nur Zimmerhöhe hat, vom Luftvolumen sehr eingeschränkt. Das heißt, es vergeht gerade im Sommer kaum ein Gottesdienst, wo es nicht immer noch mal schlecht wird. Wo ich jemanden rausführen muss oder Wasser holen muss. Er ist auch für Patienten im Rollstuhl oder Patienten, die mit dem Infusion stehen, da kommen einfach sehr, sehr beengt und sehr klein. Probleme, die ab dem nächsten Jahr der Vergangenheit angehören sollen. Die neue Kapelle am Klinikum Kaufbeuren wird dann nämlich so aussehen. Lichtdurchflutet, gut belüftet und optisch ansprechend. Und noch etwas wird die Kapelle laut dem Entwurf des Künstlerpaars Lutzenberger bieten. Genügend Platz. Das ist meine Vision, das ist meine Hoffnung. Unlängst dieses Jahr am Pfingsten der Heilige Geist schenkt Träume und Visionen. Meine Vision lautet, dass ab Sommer 2013 wir hier wieder einen schönen, großen Raum haben. Eben für die Dinge, die uns, aber vor allem die den Menschen wichtig sind hier im Haus. Insgesamt 105.000 Euro wird die Kapelle kosten. Einen Großteil der Summe hat man schon beisammen. Rund ein Drittel übernehmen die Kirchen, der Rest soll durch private Spenden finanziert werden. Doch genau daran hapert es noch. Unser Geldsäckel hat noch ein Loch von etwa 35.000 Euro. Es ist in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen sind sehr viele, sehr viel Unterstützung schon von privater Seite passiert. Und was vor allem jetzt noch fehlt, ist das Geld für die Bestuhlung der Kapelle, sowohl für die Empore unten wie auch für den Hauptraum. Und genau dafür sind jetzt noch weitere Spenden gern gesehen. Für alle, die dabei helfen wollen, die Kontonummer der Klinikseelsorge Kaufbeuren lautet 97 58 88 bei der Sparkasse Kaufbeuren. Die Bankleitzahl ist die 734 500 00. Und das Stichwort lautet Spende Klinikkapelle.